Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zur Deep Learning Studio Tutorial Reihe, die in Kooperation mit der Fresenius Hochschule entstanden ist. Heute gucken wir uns nochmal ganz kurz unser Kaktus Projekt an und wollen das natürlich nochmal verbessern. Kurzes Recap, einer der Studiengänge ist natürlich bei der Fresenius Hochschule Bioinformatik, das wisst ihr mittlerweile natürlich. Und ja, wir haben in dem Zusammenhang hier uns ein Projekt ausgesucht, bei dem Luftbilder von Kakteen oder auch nicht Kakteen, einfach Luftbilder aus der Wüste, erkannt werden, ob da ein Kaktus draufsteht oder nicht. Und dazu haben wir schon ein Modell angefertigt, das eigentlich gar nicht mal so schlechte Ergebnisse produziert hat. Wir haben uns auch schon die verschiedenen Schichten etc. angeguckt. Also hier eben, wir haben über 70% Genauigkeit bei unseren Validierungsdaten. Das ist gar nicht mal so schlecht, möchte ich mal so behaupten. Also fast 75%, das ist 3 von 4 Bildern richtig klassifiziert. Das hätte ich auf den Daten definitiv nicht geschafft. Nun geht es anders als erwartet von euch, vielleicht nicht um die Hyperparameter heute, sondern um eine Funktion des Deep Learning Studios, die euch wirklich, wirklich viel bringen kann. Und zwar dem AutoML bzw. dem Wizard. Und der ist einfach so unfassbar gut teilweise, das macht einem schon fast Angst. Also es ist quasi Machine Learning für Machine Learning, könnte man fast sagen. Wir löschen als allererstes einfach mal alles. Also das heißt, wir schmeißen alles raus. Und was wir jetzt tun ist, wir klicken hier einfach auf AutoML und schon kriegen wir einen Wizard, der uns sozusagen ein automatisch designtes neuronales Netz erstellt. Das heißt, wir haben hier Input Content Type ist Image. Das ist schon ganz korrekt. Das haben wir ja bei den Daten eingestellt. Output Content Type, also quasi was wir eingeben, ist ein Bild. Und was wir ausgeben, ist eine Kategorie, nämlich 0 für keine Kakteen auf dem Bild oder 1 für mindestens ein Kaktus auf dem Bild. Und das ist also Kategorie. Das ist im Endeffekt das, was wir bei Daten eingestellt haben. Und dann können wir hier einfach auf Design klicken. Und this will override your existing model. Ja gut, das haben wir gerade von Hand gelöscht. Ist okay. Das heißt, wir können das einfach mal laufen lassen. Und wir sehen, dass das Modell, das uns dieses AutoML lädt, ein kleines bisschen größer ist. Aber ihr kennt die meisten von diesen Schichten. Und das bedeutet, wir gehen hier einfach mal ganz kurz durch. Wir haben hier den Input. Daran hat sich im Endeffekt nichts geändert. Wir haben hier einen Convolution Layer. Wir haben noch einen Convolution Layer. Allerdings beachtet mal, dass man hier auf 64 Bilder hochgeht. Und tatsächlich hier immer noch 32 auf 32 Neuronen hat. Das heißt, die sind einfach nur hochgegangen und nicht runtergegangen. Dann haben wir hier einen Max Pooling Layer. Das kennt ihr auch. Convolution Layer, Convolution Layer. Und dann eine Batch Normalization. Was ist eine Batch Normalization? Die findet ihr erstmal hier unter den ganzen Lähern. Also unter Core findet ihr dann Dense und Flatten und Dropout. Die brauchen wir nachher auch noch. Unter Convolutional findet ihr eben hier Convolution und Zero Padding. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Unter Pooling Layers findet ihr das Max Pooling. Unter Recurrent, die haben wir noch nicht gebraucht. Und hier unter den Normalization Layers findet ihr Batch Normalization. Batch Normalization bedeutet in etwa so viel wie, wenn ihr Daten habt, dann können diese Daten von, naja, sagen wir mal, je nach Aktivierungsfunktion hier bei dem Convolution Layer, und hier ist die Aktivierung linear, können diese Daten wirklich von Minusunendlich bis Plusunendlich alles sein. Das heißt, es kann sein, dass ihr hier als Ausgabe einfach bei manchen Neuronen 580.000 bekommt und bei anderen einfach Werte zwischen 0 und 1. Das ist übel, denn, ja, das bringt uns nicht wirklich viel, dann irgendwas damit zu machen. Beziehungsweise die Werte sind einfach so groß, dass das Training teilweise wirklich, wirklich lange dauert. Eine Batch Normalization macht einfach im Endeffekt das, was der Name auch schon sagt, sie normalisiert euren Batch. Das heißt, ihr nehmt einfach den kompletten Batch, also eure kompletten Trainingsdaten. Ihr ladet ja nicht nur ein Trainingsbeispiel pro Mal, sondern im Endeffekt zum Beispiel 64 oder 128 Bilder auf einmal in euren Speicher und lasst dann da drauf das Training laufen. Und anhand der Werte, die die anderen Bilder haben, werden alle Bilder normalisiert. Das heißt, sie werden alle im Endeffekt gemittelt. Und dadurch bekommen wir viel schnelleres Training hin. Und ja, deswegen hier der Batch Normalization, der eigentlich ganz sinnvoll ist. Gut, anschließend nochmal Max Pooling, kennen wir ja. Convolution nochmal, nochmal Convolution. Achtet auch darauf, hier sind wir wieder runtergegangen. Hier bei dem Max Pooling Layer, danach sind wir runtergegangen auf diese 32, 16, 16. Und das liegt daran im Endeffekt, dass wir hier, ja, im Endeffekt wieder ein paar Neuronen reduzieren wollen. Und bei diesen 32 Bildern sind wir jetzt geblieben. Also wir sind jetzt hier nicht mehr bei 64. Dann sind wir hier nochmal runter auf 8x8 beim letzten Pooling Layer, wie wir hier sehen können. Also von 16, 16 auf 8, 8. Und dann eben nochmal Convolution, nochmal Convolution, nochmal Max Pooling, Convolution, sehr, sehr viele Convolutions. Max Pooling und dann erst wird das Ganze geflattened, sprich auf eine Ebene runtergebrochen. Das habe ich euch auch erklärt mit dem Flatten Layer. So, und dann kommen aber auch nochmal einige Dance Layers. Das heißt Dance, dann Activation, Dance, zur Activation gleich ein bisschen mehr. Und dann nochmal Batch Normalization, Activation, Dropout, Dance, Activation, Dance. Es sieht ein bisschen random aus, aber dieses AutoML Feature, das ist eigentlich gar nicht so übel. Das heißt, ihr könnt hier oben sogar auswählen, welches AutoML Modell ihr haben wollt. Und ja, das ist eigentlich, produziert eigentlich meistens recht gute Ergebnisse. So, jetzt was ist Activation? Nun, Activation bedeutet einfach bloß, ihr wendet eine Aktivierungsfunktion an, ohne irgendwelche Neuronen dabei zu haben. Das funktioniert ganz gut, wenn man hier Dance hat und dann im Endeffekt direkt hinten dran nochmal ein Activation Layer. Dann hat man halt im Endeffekt zwei Aktivierungsfunktionen. Eine Aktivierungsfunktion, das habe ich euch ja letztes Video auch schon erklärt, feuert im Endeffekt nur dann, also im Endeffekt bei Relu ist es so, wir, so, mal ganz kurz die Grafik hier aufgemacht. Wir feuern im Endeffekt nur, wenn unser, also wir haben Ausgabewerte, die basierend auf den Eingabewerten sind. So, wir sehen jetzt hier, okay, dieses Activation Layer liegt hinter dem Dance Layer. Das Dance Layer hat eine lineare Aktivierungsfunktion, das heißt, da wird irgendwas gerechnet, beziehungsweise es bekommt Eingabeneuronen aus diesem Max Pooling Layer hier, über das Flatten Layer, kommt in dieses Dance Layer rein. Und dort wird dann berechnet, was für ein Wert da drin ist. Das ist quasi das Neuronale dahinter. Das heißt, man berechnet für jeden Eingabewert, die summiert man alle auf, multipliziert die Gewichte vorne dran, und diese Gewichte sind das, was wirklich gelernt wird, und dann hat man einen gewissen Wert. Und das ist einfach, nennen wir es einfach mal x. So, und dieses x wird dann in eine Funktion reingesteckt, und diese Funktion x ist eure Aktivierungsfunktion. In dem Fall ist es einfach eine lineare Aktivierungsfunktion. Sprich, man sagt hier, okay, wenn mein Ausgabewert, Entschuldigung, wenn mein Ausgabewert minus 5 ist, dann gebe ich auch minus 5 weiter aus. Also, das heißt, die Ausgabe von unserem Dance Layer ist im Endeffekt das, was aus der Funktion rauskommt. Das ist bei Relu, das wir jetzt hier hinten dran haben, nicht unbedingt dasselbe. Das heißt, wir können hier sagen, okay, wenn wir minus 5 reinbekommen, dann sehen wir hier, okay, minus 5 liegt hier irgendwo auf dieser negativen Achse. Das heißt, Relu sagt einfach nur, hey, wir geben 0 aus. Das heißt, wenn hier minus irgendein Wert reinkommt, dann ist die Ausgabe des Neurons hier aus dem Activation Layer mit Relu 0. Wenn aber irgendwas Positives rauskommt, dann ist es einfach genau der Wert. Das heißt, es wird einfach im Endeffekt entweder 0 oder der Wert ausgegeben, wenn der Wert eben größer ist als 0. Ja, und dann gebe ich hier weiter, Dance Layer, dann nochmal hier eine Normalisierung, dann nochmal eine Activation. Im Endeffekt hätte man sich diese Activation hier auch sparen können, aber dadurch, dass das ein AutoML Feature ist, ist es halt so entstanden. Okay, gut, das ist jetzt schon mal ein sehr, sehr fettes Modell, möchte man behaupten. Und ja, das ist es auch tatsächlich. Es gibt natürlich auch Modelle, die deutlich größer sind. Also, wenn ich mir da mal die Netze von Google angucke, dann sind sie ein bisschen größer. Aber wir wollen jetzt natürlich auch wissen, wie das Ganze eigentlich im Training abschneidet. Und deswegen starten wir hier einfach mal unser Training mit diesem AutoML Tool und wir werden vielleicht feststellen, dass wir überrascht werden. Okay, dann pausiere ich euch mal ganz kurz und wir hören uns gleich wieder. So, und jetzt haben wir schon die ersten Ergebnisse. Also, das Training ging irgendwie 6 Minuten 38 und ihr seht, was für Ergebnisse wir hier haben. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Wir sind hier bei 97,15% Genauigkeit auf den Validierungsdaten. Das ist faszinierend ohne Ende und irgendwie ist das hier weggegangen. Ähm, schade. Ich wollte euch eigentlich noch zeigen, dass meine Grafikkarte zu 80% ausgelassen ist und ich trotzdem irgendwie 6 Minuten 38 trainiert habe, was natürlich deutlich mehr ist, weil unser Netz einfach viel, viel größer ist und dadurch einfach auch mehr von der Grafikkarte verwendet werden kann, sozusagen. Das ist ja gerade das Schöne, das Großartige daran, dass man das eben machen kann. Ähm, aber ja, 97% Genauigkeit ist einfach unfassbar gut, wenn man sich das jetzt mal so überlegt. Im Endeffekt haben wir nichts weiter getan, außer auf ein kleines Knöpfchen hier gedrückt und gesagt, hey, mach mal bitte hier, ähm, mir ein Netz und ich hätte ganz gerne gute Ergebnisse. Mehr haben wir nicht getan. Ähm, klar, man braucht trotzdem ein bisschen Hintergrundwissen. Vor allem für die Daten braucht man Hintergrundwissen. Und, ähm, da müssen wir natürlich auch wissen, was hier eigentlich im Netz innen drin passiert, denn was jetzt als nächstes kommt, und deswegen müsst ihr natürlich auch meine ganzen Videos gucken, muhaha, ähm, was jetzt kommt, ist, ihr müsst diese ganzen, ähm, Schichten hier noch weiter anpassen, im Endeffekt, dass ihr noch ein kleines bisschen besser werdet als diese 97,15%. Und genau das ist quasi der Punkt, den ich jetzt mit euch machen möchte. Ich möchte hier eine kleine Challenge draus machen. Ich möchte einen Wettbewerb draus machen, ähm, wer am meisten hinbekommt sozusagen. Das heißt, wer die besten Trainingsergebnisse hier erreicht. Achtung, es geht nicht hier vorne um die Trainingsdaten, es geht um die Validierungsdaten, ja. Ähm, und wer da eine höhere Genauigkeit als diese 0,9715 erzielt, der möge bitte folgendes machen. Also, ihr müsst natürlich das Modell dann noch anpassen, verbessern, verändern. Und der, der da mehr erzielt als 97,15%, der möge mir bitte in die Kommentare oder über Discord oder über Facebook oder auch über Twitter zwei Sachen schicken. Und zwar einmal möchte er mir das Bild seines Modells schicken, das heißt hier einmal das Model. Ich habe hier natürlich das Ganze ein bisschen ran gesumt für euch, damit ihr das auch alles gut lesen könnt. Aber ich brauche natürlich das Bild von dem kompletten Model, ja. Ähm, das brauche ich. Und bitte einmal die Trainingsergebnisse. Das heißt, hier dieses, ähm, im Endeffekt das ganze Ding hier abfotografieren. CPU-Load, System, Free Memory und GPU-Load etc. ist nicht wichtig. Wichtig ist vor allem hier diese Accuracy, wie viel da tatsächlich bei rausgekommen ist. Das heißt, damit wir wissen, wie hoch das eigentlich ist. Diese zwei Dinge, so dass es quasi jeder für sich nachbauen kann, was da eigentlich für Netz im Hintergrund steht. Und ja, der, der die allermeisten Prozente, also quasi der, der die besten Ergebnisse hat, dessen, ähm, neuronales Netz und seine Ergebnisse werde ich auf YouTube in den Textposts teilen. Ihr kennt die vielleicht. Ähm, die kriegt man auf dem, auf dem Handy oder sowas, kriegt man die ständig um die Ohren geschmissen. Und ansonsten müsst ihr einfach mal in eurer Abo-Box nachgucken. Ähm, oder bei mir einfach mal nachgucken. Da seht ihr dann die Textposts. Und dort werde ich dann einfach das veröffentlichen von demjenigen, der die meisten hat. Ja, und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Sozusagen die erste Machine Learning Challenge, wenn ihr so wollt. Und ich freue mich da riesig, dass ich da auch von der Hochschule Fresenius unterstützt wurde mit allem. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut da gerne nochmal vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Wahrscheinlich haben es die meisten von euch eh schon getan. Aber die, die studieren wollen, einfach mal bitte auf die Links klicken und vielleicht mal informieren, ob das nicht vielleicht was für euch wäre bei der Hochschule Fresenius. Und, ähm, ja, vielleicht Bioinformatik oder Wirtschaftsinformatik oder auch Angewandte Informatik. Es sind alle drei Gebiete unfassbar faszinierend. Und vielleicht habt ihr dann sogar die eine oder andere Vorlesung mit mir. Zumindest teilweise mit mir. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann dort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.